LoL! Ich werde Longleth alleine überleben gegen 3. Ich habe einen wieder tot. Jetzt haben sie noch einen Beat. Alter, ich schwöre Jungs, ich bekomme Ausraster. Ist nicht cool alleine, wenn sie uns gegen 3 zu fighten. Meinst du an der Clip, die runter geht oder was? Ja. So lächerlich wie Buggy das Game heute schon wieder ist. Soll es? Soll es? Ich hab' ihn. Ist auch Soldminer, ist der Beat. Ist der letzte Beat. Ich hoffe, Simpex hat gleich einen. 90er. Ja, ist scheißegal. Wir müssen die wegreden. Das ist halt zu 4 machen. Oh, da ist auch ne Base, da ist auch ne Base. Das ist, glaub ich, Soldminers. Das hat er früher nicht gesehen, jawohl. Ja, 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 Soldminers. LOL! WTF? Der Typ Aimbot oder so. Nein, der ist schlecht. Hab ihn gepullert. Ich hab nichts. Er hat keine Füße mehr. Ja. Füße, ich weiß nicht. Er hat keine Hose mehr. Ich hab' den guten mit den Sätzen gecheckt. Er ist broken worden. Er fehlt. Hapen, hapen, hapen. Ja, das ist Soldminers auf jeden Fall. Ist noch einer. Naked, 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 naked. Kein Kopf mehr. Hapen. Nein, da ist nur noch der hinter mir. Noch einer los. Ah, nein, der Beat ist unten. Ich hab' einen Beat hoß. Der ist auf neutral. Load den Base. Load den Base. Load den Base. Okay. Beat über uns, pass auf. Okay. Das dauert erstmal den Base. Wo ist die Füße? Auf der Spitze, oder? Hier, hier, hier. Hier vorne. Hier links. Direkt neben mir. Ach so, loil. Ich hab' die nicht gesehen. Die ist voll versteckt. Ja, das ist ein Metal Rock. Der Typ in. Okay, ich hab' alles down. Bet noch. Die sind so viele Vinos, ne? High Level. Das glaube ich mein dritter 150 Dino-Rings. Ja, das hilft. Ja, das... Sobald wir Aumas haben, können wir Rhinos zähmen. Sollen wir mal Bode holen? Weil ich bin dritter. Ist dein Ernst? Ah, da sind zwei Pops bei mir. Einen hab' ich gebullert. Okay. Guck, die geht mit Pike auf Milch. Nicht cool. Alter, wie viel tankt der im Kopf jetzt? Stirb einer dort. Guck mal, er startet mit Pike. Mein Beat ist ja verhindert. Jetzt fliegt er weg. Klasse. ich habe eine 993 ich habe ich habe 13.000 punkte musste nicht ich bin jung noch ich bin ein kleiner butsch ich darf ich habe schon alles gekraftet ich wollte gleich beim jump run ever 1 putze hin enemies bei unserer base ich glaube das sind die spaßten die was neben uns gebaut haben hat auf jeden fall eine lange kopf ich bin leichter jetzt der links als ob der mich gegrabt hat ich glaube ich gehe runter er hat keine stamina der eine kann ich die runter die nerven habe Ich hab ihn! Nice. Dann hat dein PT gebrudert. Die ich stecke ab. F-Town. Schau mal. Ich hab keinen... keinen Bruder mehr. Ich hab einen gebrudert. Ich hab einen PT runtergeworfen. Hat Hits? Keiner Russer? Ich auch, Mann. You're fucking dead! I'm dead! Er hat mir alles gleichzeitig zerbrochen, Mann. Hä? Ich hab alles gleichzeitig gerade kaputtgegangen. Oh, ich hab deinen Beamer im Bewusstsein. Ich hab ihn. Ich bin lang. Easy. You're dead, too! Lass mich nicht... Oh. Okay, take hold den da. Er hat... Er hat... Er hat... Er hat... Er hat 1.700 Punkte! Er hat... Er hat... Ich geb gleich welche weiter. Ja, fine. Ich bin gebullert. Ich bin gebullert. Kalle. Haha. Hab dich! Er hat keine Hose mehr. Go, go, snipe, 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 snipe auf ihn. Ich bin gebullert. Er hat mich nicht zu viel damage, Alter. Ich bin zu viel damage, Alter. Oh, wie shit. Er hat mich nicht zu viel damage, Alter. Oh, wie shit. Er hat keine Hose mehr. Ja. Er ist broken. Er hat seine Maid gegrabt. Hepp. Er ist hier runter. Verpiss dich, oder? Er ist abgestiegen. Mein Polo ist gleich weg, okay. Hat er keinen Stumpf? Ja. Oder unten direkt, oder? Ja, direkt. Junge, ich kann meine Lungen nicht mal nachladen, Alter. Weißer? Ich bin zu viel. Er hat mich nicht zu viel. Ich bin zu viel. Ich bin zu viel. Ich bin zu viel. Das war's. 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 Das war's.